Über Koka von Sigmund Freud Die Koka-Pflanze ist ein ca. 1,20 m bis 1,80 m hoher unserem Schwarzdorn ähnlicher Strauch, der in Südamerika, insbesondere in Peru und Bolivien in großem Umfang angebaut wird. Er gedeiht am besten in den warmen Tälern am Ostabhange der Anden in einer Meereshöhe von 1.500 bis 1.600 m in einem regenreichen, von Temperaturextremen freien Klima. Die Blätter, welche etwa 10 Millionen Menschen als unentbehrliches Genussmittel dienen, sind ei-rund, 5 bis 6 cm lang, gestiehlt, ganz randig, bereift, durch zwei besonders an der unteren Fläche hervortretende, linienförmige Falten ausgezeichnet. Der Strauch trägt kleine weiße Blüten zu 2 bis 3 Büscheln und eiförmige, rote Früchte. Er wird entweder durch Samen oder durch Stecklinge gepflanzt. Die jungen Pflanzen werden nach einem Jahr versetzt und geben nach 18 Monaten die erste Blätterernte. Die Blätter werden als gereift angesehen, wenn sie so steif geworden sind, dass ihre Stängel bei Berührungen abbrechen. Sie werden dann rasch an der Sonne oder mit Hilfe des Feuers getrocknet und für den Transport in Säcke genäht. Ein Koka-Strauch gibt unter günstigen Verhältnissen 4 bis 5 Blätterernten jährlich und bleibt 30 bis 40 Jahre ertragsfähig. Bei der großen Produktion, angeblich 30 Millionen Pfund jährlich, sind Koka-Blätter für jene Länder ein wichtiges Handels- und Steueroobjekt. Als die spanischen Eroberer nach Peru drangen, fanden sie die Koka-Pflanze im Lande kultiviert und in Rom ansehen, ihr selbst in innigen Beziehungen zu den religiösen Gebräuchen des Volkes gebracht. Die Sage erzählte, dass Manko Kabak, der göttliche Sohn der Sonne, in der Urzeit von dem Felsen des Titikakasees herabgestiegen sei und das Licht seines Vaters den armseligen Einwohnern gebracht habe, dass er sie die Kenntnis der Götter, die Ausübung der nützlichen Künste lehrte und ihnen die Koka schenkte, diese göttliche Pflanze, welche den Hunrigen sättigt, den Schwachen stärkt und sie ihr Missgeschick vergessen macht. Koka-Blätter wurden den Göttern zum Opfer gebracht. Koka-Blätter während der gottesdienstlichen Handlungen gekaut, selbst den toten Koka in den Mund gesteckt, um sie einer günstigen Aufnahme im Jenseits zu versichern. Die Spanier glaubten nicht an die wunderbaren Wirkungen der Pflanze. Ein Konzil zu Lima verbot sogar ihren Genuss als heidnisch und sündhaft. Aber die Spanier änderten ihr Verhalten, als sie merkten, dass die Indianer die schwere, ihnen auferlegte Arbeit in dem Bergwerk nicht leisten könnten, wenn man ihnen den Koka-Genuss entziehe. Der Indianer beginnt in früher Jugend mit dem Gebrauche dieses Genussmittels, den er bis an sein Lebensende fortsetzt. Eine Fülle von Zeugnissen liegt dafür vor, dass die Indianer unter dem Einfluss der Koka ungewöhnliche Strapazen ertragen und schwere Arbeit leisten, ohne während derselben einer eigentlichen Nahrung zu bedürfen. 1749 wurde die Pflanze nach Europa gebracht. Im Jahr 1859 brachte eine österreichische Expedition Koka-Blätter nach Wien. In Göttingen stellte der Chemiker Niemann aus den Koka-Blättern das Alkaloid Kokain her. Es schmeckt bitterlich und ruft an den Schleimhäuten Anästhesie hervor. Der Chemiker Lossen stellte die Formel auf C17H24N4. Die Wirkung, welche die Einnahme des Kokains auf den gesunden menschlichen Organismus ausübt, habe ich in wiederholten Versuchen an mir und anderen studiert. Ich nahm erstmals 0,05 Gramm Kokain in wässriger Lösung während einer leichten, durch Ermüdung hervorgerufenen Stimmung. Sie erregt eine zuerst bittere Geschmacksempfindung, welche in eine Reihe von sehr angenehmen, aromatischen Empfindungen übergeht. Wenige Minuten nach der Einnahme stellt sich eine plötzliche Aufheiterung und ein Gefühl von Leichtigkeit her. Bei diesem ersten Versuch trat ein kurzes Stadium toxischer Wirkung auf, die ich später vermisste. Die Atemzüge wurden verlangsamt und vertieft. Ich fühlte mich matt und schläfrig, musste häufig gähnen und fühlte mich etwas eingenommen. Nach wenigen Minuten begann die eigentliche Kokain-Euphorie. Die psychische Wirkung des Kokains in Dosen von 0,05 bis 0,1 Gramm besteht in einer Aufheiterung und anhaltenden Euphorie, die sich von der normalen Euphorie des gesunden Menschen in gar nichts unterscheidet. Es fehlt gänzlich das Alterationsgefühl, das die Aufheiterung durch Alkohol begleitet. Es fehlt auch der für die Alkoholwirkung charakteristische Drang zur sofortigen Betätigung. Man fühlt eine Zunahme an Selbstbeherrschung, fühlt sich lebenskräftiger und arbeitsfähiger. Aber wenn man arbeitet, vermisst man auch die durch Alkohol, Tee oder Kaffee hervorgerufene edle Exzitation und Steigerung der geistigen Kräfte. Man ist eben einfach normal und hat bald Mühe, sich zu glauben, dass man unter irgendwelcher Einwirkung steht. Es macht den Eindruck, als ob die Kokain-Stimmung bei solchen Dosen hervorgebracht würde, nicht so sehr durch direkte Erregung als durch den Wegfall deprimierender Elemente des Gemeingefühls. Es wird vielleicht gestattet sein, anzunehmen, dass auch die Euphorie der Gesundheit nichts anderes als die normale Stimmung der gut genährten Hirnrinde, die von den Organen des Körpers nichts weiß. Während dieses an sich nicht weiter gekennzeichneten Kokain-Zustandes tritt das hervor, was man als die wunderbare stimulierende Wirkung der Koka bezeichnet hat. Lang anhaltende, intensive geistige oder Muskelarbeit wird ohne Ermüdung verrichtet, Nahrungs- und Schlafbedürfnisse sind wie weggewischt. Ich habe diese gegen Hunger, Schlaf und Ermüdung schützende und zur geistigen Arbeit stehlende Wirkung der Kokain etwa ein Dutzel Mal an mir selbst erprobt. Die Wirkung einer mäßigen Dosis Kokain klingt so allmählich ab, dass es schwer fällt, unter gewöhnlichen Umständen ihre Dauer zu bestimmen. Wenn man im Kokain-Zustand intensiv arbeitet, tritt nach drei bis fünf Stunden ein Nachlass des Wohlbefindens ein. Ganz übereinstimmen wird berichtet, dass der Koka-Euphorie kein Zustand von Ermattung oder anderweitiger Depression folgt. Dass Kokain bei längerem mäßigen Gebrauch keine Störungen im Organismus setzt, ist nach später mitzuteilenden Beobachtungen wahrscheinlich. Bemerkenswerterweise erscheint mir, was ich an mir selbst und anderen urteilsfähigen Beobachtern erfahren habe, dass nach der ersten oder wiederholten Koka-Einnahme durchaus kein Verlangen nach weiterem Koka-Gebrauch eintritt, vielmehr eher eine gewisse, nicht motivierte Abneigung gegen das Mittel. Es konnte nicht fehlen, dass eine Pflanze, deren Genuss solche als wunderbar angestaunte Wirkungen äußerte, dort, wo sie heinnähmisch ist, auch gegen die verschiedenartigsten Störungen und Krankheiten des Organismus zur Anwendung gezogen wurde. Die hauptsächlichste Anwendung der Koka wird wohl die bleiben, welche die Indianer seit Jahrhunderten von ihr gemacht haben. Überall dort, wo es darauf ankommt, die physische Leistungsfähigkeit des Körpers für eine gegebenen kurze Zeit zu erhöhen. Wie viel man von der Koka zur Erhöhung der geistigen Leistungsfähigkeit erwarten darf, lässt sich jetzt mit einiger Sicherheit beurteilen. Ich habe den Eindruck empfangen, dass längerer Koka-Gebrauch eine anhaltende Besserung herbeiführen kann, wo die Hemmung durch körperliche Ursachen und Ermüdungen gegeben ist. Die momentane Wirkung einer Gabe Koka darf man freilich nicht mit der einer Morphin-Injektion vergleichen, aber dafür wird man die durch den chronischen Morphin gebraucht verursachte allgemeine Schädigung des Organismus nicht befürchten müssen. Im Kranzen ist die Indikation der Koka bei den nervösen und psychischen Schwächezuständen weiterer Untersuchung bedürftig, die wahrscheinlich zu einer teilweise günstigen Ergebnis führen wird. Koka in Störungen der Magenverdauung ist die älteste und am besten gerechtfertigte Anwendung. Nach den übereinstimmenden Angaben beseitigt Koka in verschiedensten Präparaten dyspeptische Beschwerden. Die Wirkung des Kokains auf den Magen ist eine zweifache Anregung der Bewegungen und Herabsetzung der Magenempfindlichkeit. Längerer Koka-Gebrauch ist ferner dringend empfohlen in allen krankhaften Zuständen, die mit Konsumtion der Gewebe einhergehen, wie schwere Anamien, Phtiese, langdauernde fieberhafte Erkrankungen und dergleichen. In den letzten Jahren ist in Amerika die wichtige Wahrnehmung gemacht worden, dass die Koka-Präparate die Kraft besitzen, den Morphinhunger bei gewohnheitsmäßigen Morphinisten zu unterdrücken. Gleichzeitig mit der Anwendung gegen den Morphinismus wurde Koka in Amerika gegen koholischen Alkoholismus gegeben. Auch hier wurden unzweifelhaltige Erfolge erzielt, die unwiderstehliche Trinklust aufgehoben oder gelindert. Die Unterdrückung der Alkoholgelüste durch Koka erwies sich im Allgemeinen schwieriger als die der Morphiumsucht. Koka gegen Asthma Ich führe diese Indikation der Koka an, weil sie eine physiologische Begründung zuzulassen scheint. Frühzeitige Lähmung einiger Vagusäste und das Höhenasthma wie die Anfälle bei chronischer Bronchitis dürfen als reflektorische Erregungen von den Lungenästen des Vagus her gedeutet werden. Die Eingeborenen Südamerikas, die ihre Liebesgöttin mit Koka-Blättern in der Hand darstellten, zweifelten nicht an der erregenden Wirkung der Koka auf die Genitalsphäre. Unter den Personen, denen ich Koka gab, haben mir drei von heftiger sexueller Erregung berichtet. Die Eigenschaft des Kokorins und seiner Salze, Haut und Schleimhaut zu anästhesieren, ladet zur gelegentlichen Verwendung insbesondere bei Schleimhautaffektionen ein.